Tollwut Wo kamen all die Hunde her? Bildet ein Dreieck um den Hund! Ein dünner, schwarzer Hund streut durch unseren Ort. Vermutlich hat er Tollwut. Schneller! Bei Menschen und Hunden ist Tollwut tödlich. Beobachte ihn eine Woche lang. Wenn er die überlebt, ist er nicht Tollwutig und es besteht keine Gefahr. Ich will den Hund. Für wen hältst du dich? Hast du im Knast nichts gelernt? Das Foto ist für deinen Ausweis. Nicht bewegen. Mehr ist das Leben meines Neffen nicht wert. Ja, zumachen! Untertitelung des ZDF, 2020